Das ist GedeLitz. Jetzt ist ja nur längs, wir fahren mal rechts rum. Das Vorleben kommt wieder rein, das ist ja auch nicht richtig. Egal, drehen wir um und tschüss. So, geht der Letzt nochmal zurück. Ein bisschen vermistert hier in der Gegend. Mal sehen. Mal gucken, bis hier längs geht. Und die Leute fahren hier auch. Mal sehen. Jetzt wäre es ja noch voll. Voll Tschüss. Mal sehen.